Diesmal habe ich hier neben mir beispielhaft schon mal das Spiel Drop It von dem Verlag Kosmos aufgebaut. Dafür braucht ihr 2-4 Spieler, ihr solltet 8 Jahre alt sein und eine Runde kann 30 Minuten dauern. Bei diesem Spiel geht es darum, dass jeder Stein hat, die er einwerfen muss. Allerdings muss er, wie jetzt hier zum Beispiel in dem Beispiel aufgebaut, darauf achten, dass er, oder beziehungsweise dass der Stein unter anderem nicht, wenn er am Rand anliegt, diese Farbe erfüllt. Sprich, also hier sollte kein roter Stein dagegen liegen, dann gibt es keine Punkte. Genauso geht es um die unteren, sprich, wirft einer den ersten Stein irgendwo rein und hat die Farbe gelb geworfen. Und er kommt hier drauf, gibt es keine Punkte. Ansonsten gibt es die Punkte, wie an den Rändern angegeben. Des Weiteren dürfen intern keine gleichen Figuren aneinander liegen, genauso wenig wie die gleichen Farben. Hier ist es ein recht witziges Spiel, da man nie weiß, eigentlich so wirklich, wie sein Stein im Endeffekt nachher fällt. Von daher ist es, ja, mehr oder weniger auch ein bisschen mit Glück zu betrachten. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man, wie man hier sehen kann, nicht mit Farben, sondern halt das Ganze mit Formen, die man entsprechend spielen kann. Des Weiteren gibt es die gleichen Einschübe für die Seiten. Dann dürfen halt die entsprechenden Formen nicht die Ränder, beziehungsweise halt die Bodenbereiche berühren. Bis zum nächsten Mal.